Hey, ich bin lieber der Syrax und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Part zu Let's Play, irgendwie wie die Gymnath Adventures 2 Assimilation Part 2 mit dem Syrax. Ich wiederhole mich, es tut mir leid. Wir sind hier stehen geblieben, haben das Tor hier abgeschlossen und auch diesen... das erste Level von der Hippo-Hippo-Hölle verpuffeln. Ab in die zweite. Hör mal, Hippo-Hölle ist das hier. Das hier ist hier, you'll get caught up. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, wir können da ein extra Level freischalten. I don't know. Wow. Ich glaube, das wird heiß. Ah, stimmt. Ah, Space-Shooter. Du willst doch wirklich bumsen hier. Aua. Nein. Mein Bier! Okay. Ohne Scheiß, was ist das? Mein Gott, das ist nicht beschert. Aua, wie oft ich getroffen werde. Nein, ich wollte das Sternchen. Das macht so viel Spaß. Oh je. Ah! Hm. Kann ich mich ja schon mal auf die Guardians-Challenge vorbereiten. Und schon wieder eine kassiert. Du willst doch mich hier verarschen. Was ist das hier? Ey, da kommt man doch auch jetzt nicht durch. Der Kätzchenbildschirm flippt aus. Ah, das ist... Meine Sinne sind überstimuliert. Nein, 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 nein. Das reicht doch. Okay. Verpisst euch. Puh. Oh Gott, Blitze. Blitze sind ungesund, Kita. Was ist das denn? Nein! Einfass. Wer bist du denn? Du bist Check-the-Ripper, oder? Ich hab Angst, du tötest mich, oder? Bored James? Ich werde diese Dingsbumsen. Diese Totkörper hier. Ach, vergiss sie. Die sind bloß Dekoration. Das geht schnell. Okay, es soll ich... Er ist relativ einfach. Aber er hält ziemlich viel aus. Okay. Er kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wir haben das Level geschafft. Dieser Typ war Psycho. So. Ab geht's zur nächsten Hölle. Toikatomol. Ich entschuldige das, dass ich huste. Ich bin ein Mensch. Oh, yeah. Oh, yeah. Das ist... Es ist besser, wenn... Das ist wichtig, die ich tötet. Kann ich doch hoch. Ich habe Angst. Ich habe ein böses Gefühl, Dauterhose. Wow. Ich spüle das Arm. Nein. Du bist doch mich am Ar... Boah. So. Ich muss noch ein bisschen mit da... Bisschen anders als, ähm... Ersten Teil. Oh, ich hasse. Nein. Genau, trete ich um. Nein. Erschwurst. Und ich bin fast tot. Oh, 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 oh. Nein. Nicht schon wieder. Hilft das mich irgendwie. Es heilt mich. Bringt mir aber hier einen Scheiß. Ich mag das Ganze gar nicht mit diesen Blöcken. Oh, Gott. Hey, das ist ein Leben. Das ich mir gleich nehmen werde. Oh, Gott. Immer schön schauen. Hui. Yes. Äh. Ich bin der Syrax. Ich starb. Uuuh. Ah. Nein. Mäuschen. The two. Oh. Okay. Au. Das sah... Ach, komm schon. Das sah in meinem Kopf so schön aus. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Die gute alte Vorstellung, ihr. Ich habe hier irgendwie Sorge vor... Dass irgendwas käme. Okay. Natürlich. Was bist du überhaupt? Fliegt das Zäpfchen hier. Aua. Ich sollte auch mal... Die O... Brücke... Und die O... Und Brücke... Taste nehmen. Und zwar... Anal. Ich nehme sie Anal. Doggy Style. Der braucht ja ewig... Um da hoch zu zielen. Diesmal nicht. Er macht sie halt plötzlich... Mehr aus. Bis... Gottchen. Das ist mein Tod. Okay. Ist doch nicht mein Tod. Das ist mein Tod. Ach, Leute. Das nervt. Ich hasse diese Blöcke. Oh je. Oh. Okay. Okay. Ich sollte besser springen. Oh. Ich habe mich schon sterben sehen. Spring. Oh. Ich habe Angst. Ich will nicht sterben. Wuh. Sonic. Ah. Gott. Okay. Wie viel zu aufgedreht heute. Hui. Hui. Put out. Da habe ich was gesehen. War es das schon? Kann jetzt sein, dass da was ist. Und ich habe... Zerstört. ... ... ... ... ... ... Of balls What the ffff Actually fuck? Suck my balls not AHHHHH NIE NIE NICHT Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot What the actual fuck? Was bist du denn? Schon wieder das gleiche sind Aua! Och komm schon Ist bestimmt ganz einfach Der kann ja gar nichts! Doch er kann mich töten Jaaaa Mein Sieg ist meint Und ich werde auf deine Leiche pissen Das ist eigentlich recht angenehm gewesen Ich kann furzen Äh Gehen wir in die nächste Nerdguiden Board James Wart mal Steht jetzt da drunter? Nein, oder? Ah, das ist hier Board James einfach Das ist hier Nerdguiden Das ist hier Die Braune Stadt Monster Madness Und Aria 52 Als Spielung glaube ich auf dem Film Äh Da fehlt noch was Okay Ich sollte aufhören zu furzen Ah Alles Oh, ich sehe schon den Shitpickle da oben Den Pickel mit Scheiße Aber Aber Zuerst Werd ich Jedenfalls Einverleimt Okay Okay, das tut mir nicht weh. Oh, danke, dass du mich hochbeförderst. Kleines lustiges Wesen, du. Natürlich möchte ich das. Ich werde es natürlich büßen und bereuen und alles Mögliche. Oh. 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 Stuhl. Itchah. Oh, 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 oh. Aua, du Arschloch. Das konnte mich auch nur treffen. Warte mal. Dieses... Nein, nein, nein. Das ist eine Anspielung auf genau dieses Dreckspiel. Dieses Möchte-Gern-Spiel. Leck mich, ich will die volle Bier. Aua. Okay. Böse geht das? Aua. Nein. Für das erste Spiel noch kein Problem. Hallo. Rio. Wo geht es hier lang? Das sieht mir böse aus. Aua. Nein. Oh Gott. Fukushima. Ich meine, Fukunamis wäre in Skate oder weiß der Teufel. Kann ich da... Ich kann draufstehen. Ah, zur Visualisierung von dem Dreck. Ein Leben. Das ich mir direkt nehme. Ich habe Angst. Aua. Au. Sollte das besser lassen. Du kannst doch so ein Ninja sein. Aber wenn ich mit der Knarre komme, siehst du den Kürzeren. Okay, wunderbar. Alter. Bitte. Warte mal. Geht's da hoch? Immer austesten. Aua. 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 Kacke. Aua. What the actual fuck? Mein neues lustiges Wort des Tages. Ich werde... Ich bin so dödel. Ich bin so behindert, Leute. Ist aber ein schlechter Ninja. Hat eine schlechte Ausbildung. Oh Gott, ey. Bin ich denn behindert? Ich springe in alle Scheiße rein. Pflege des Gambis. Alles mögliche hier. Was geht hier? Spiel. Ach ja, dankeschön. Haha, ein Toaster. Gut. Ja, das ist eine Spielkonsole. Aber ich weiß. So eine Version von der NES. Hätte ich bei der DS gesagt. Also wirklich. Geht's mit mir schon durch. Verpiss dich. Ähm, wieder... Ähm... Ist die Musik... Endgeil. Genauso wie diese Stacheln. Da muss ich meinen Arsch reinhängen. Kann ich nicht widerstehen? So. Großer Gott. Ach, mein Gott. Geh doch da hoch. Du Pfimmel. Ach. Meins. Ach, wie... Leck mir die Titten. Okay. Ach ja. Meine Mille. Leck sie. Nimm sie in den Mund. Ach, mein Gott. Große Scheiße hier. Äh. Mö. Mö. Okay. Hab mich schon da drin gesehen. Meine Antwort für dich. Wollte auf meine Mille lutschen. Ich sollte mehr die Items nutzen. Ich finde, die ist mal besser. Naaah. So. So. Mein Hang-Dong. Mein großer, großer Hang-Hang-Dong. Soll ich den mal auspacken? Warte mal kurz. Oh, das wird hier dann gesperrt. Dann bist du nächstes Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Und auf Wiedersehen.